Ich persönlich raste komplett aus. Bin maximaltiv nicht entspannt. Gegenvorschlag, was glaubt ihr, denkt ihr, ich schaffe es, nicht zu beleidigen und ein entspanntes Spiel zu haben und mir das nicht persönlich nehmen zu lassen? Das wird schwierig. Das wird sehr schwierig. Alter! Und es geht schon wieder los! Sauer bin ich bei sowas! Junge, außer für die Touristen. Jetzt habe ich auch noch einen Screenshot gemacht, weil mein Mikrofon runtergefallen ist und auf meine F12-Taste draufgefallen ist. Jungs, seid ihr da? Habt ihr Bock? Ja, okay, cool. Ja, ich werde hier schon angeschossen, ne? Klinge an uns, klinge an uns. Ja klar, nein. Der ist links drin. Achso, ich habe vergessen, dass es Yannick ist. Oder wir gehen mal A, ne? Lass die mal einfach reinrennen, dann, wir haben noch eine Minute. Soll ich jetzt reinrennen? Nein, lass die reinrennen, halt mal Mitte Richtung A. Weißt du, dem Moment löscht gerne. Eins. Kevin löscht auch. Also lass reinrennen, lässt sich auch falsch verstehen. Jawohl. Ich hab mir doch vorhin Headshot gesetzt. Netter Klatsch, Sherp. Ja, Punkte, Punkte sehen so aus, wie ich mir das vorstelle. Ich spiele mit. A big player, big player. LoL, Gideon ist Mitte durch, wie lange haben die Bombe? Ja, kannst du jetzt gehen mal aufs Spot gehauen. Kevin ist, nee, Kevin ist A. Ja, der ist A, unser, 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 unser. Woll, frisch ihn einfach weg. Du bist der Beste. Adrian, Adrian, lässt einfach den W-Knopf nicht mehr los und es funktioniert besser als jede Profis. Die Anlage, da steht die Pläne drauf. Es ist großartig, Alter. Ich habe noch nie so was Schönes gesehen. Achso, ich werde schon angerufen, wie da das Üben zu füllen. Was? Ding. Nein! Da geh ich aus dem Sohn raus. Mann. Ja, wend immer noch. Geh auf Kevin knife. Actually, actually. Nein! Yes! Alter, Sherp, du bist es. Du bist es, du bist es. Oh, ist das ein gutes Spiel. Vielleicht probieren wir es mal auf A, gibt es abweggelebt, oder? Nein, nein. Ja, ich würde tatsächlich einfach jetzt wegsenden von B. Never run a changing system. Never change running. Run where the changes. Run changing. Soll ich auf No-Scopes gehen oder Quickscopes? Yes. Kills. Fuchs pusht sehr gerne und hat wahrscheinlich eine Negev oder eine Schnellschuss-Schuss-Waffe. Schnellschuss-Waffe. Ja, okay. Yo, what the fuck? Ach, Mann. Der hat sich... Ich kriege, einer von denen spielt fucking Autosniper, Mann. Echt jetzt? Gut, wir brauchen mal die Bombe auf B. Ich würde eigentlich, wenn es gerne auf Fuchs war. Aber, ja, ich würde auch. Jetzt kommt der natürlich da oben durchgepusht. Ich habe keine Waffe in der Hand gehabt. Okay, beide, alle auf A. Alle auf A. Janek fehlt noch, aber der Rest ist auf A. Ja, ich mach mal Ramba, wenn du, ne? Schön. Und jetzt über Mitte nach A. Auch wenn der Gideon steht. Aber A, immer noch A, aber. Eine Highway, eine A. Gideon steht da mit der... Auto. Noch beide hier. Die sind... Alles da A gehirrt. Ja, aber Sherp und Daniel ziehen sich... Jedenfalls. Boah! Der hat sich gut angefühlt. Ist ja da reingerannt. Einfach sein dich. Richtig schön die 44mm Kugel in den Kopf reingeschraubt. Boah! Ach, Kevin. Links, 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 links. Ah, ist letzter rechts, hast du gehört, Kevin. Sven, Sven, Sven. Lüge! Ist Sven! Hä, Sven? Ist Sven! Ist Sven! Da kommt er... Ich habe ihn noch rechts gehört. Oh, Alter. Weißt du, deswegen... Deswegen gehöre ich nicht... Boah, Mann. Alle bitte mal kurz ein Fragezeichen reinschicken. Warte, okay, ich pieke nicht rein. Ich ändere jetzt meinen Team-Fact. Ah, Luca, jetzt hast du gekommen. Das war nicht einfach. Hab ich gesehen. Ah, ist okay. Kannst du mich pushen? Äh, kannst du mich... Genau. Ich weiß doch, wie du denkst. Okay, ich... Ich habe es verkackt, Luca. Luca! Ich habe es verkackt. Oh, mein Gott! Weber, Vivian, farm dir den mal weg. Schönes Ding. Einfach zu wild, Mann. Lass eine neue Waffe ins Factor-Saven. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui. Das war fast peinlich. Was machen wir? Wollen wir fullstacken und retaken? Ja, das war um nicht. Ja, ja. Ist besser. Sven ist Mitte. Minded Mitte. Ähm, ja gut. Was machen wir jetzt? Ich geh nach B mit ner Shotgun, da war noch ne Diegel. Luca, ich geh auch nach B mit ner Shotgun. Geil. Das ist ein Traum, macht Spaß. Wollen wir echt jetzt stacken wieder? Nee, oder? Na, na. Wo ist hier mein Fixport, dann? Wo stemmen wir uns ungefähr hin? Geil. 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 Hey, what the fuck. Huuuui. Das ist ein Teufel. War gut? Ja, Adrian. Gut gespielt, also. Läuft. Hey, Leute, wenn weh. Ah, Schutgneifen! Man, ärgerlich. Schade. Das wird ja keinen kommen. Hier ist einer wieder. Mahnung, geh ich vor. B kommt, bekommt, bekommt, bekommt. Das stimmt, du hast keinen Plan, aber trotzdem war das schön gespielt Mann, warum ist der so viel besser als ich? Würde ich defensiv bleiben, Luca? Ja, bleib ich auch Dass ich mich an meinen eigenen Raten nicht gehalten habe Alles gut, alles gut, hat ja funktioniert Ich bin timeouted Ja Ich bleib mit der Maus hängen, schön Ist er nicht getiltet, oder? Nee, also wir stehen weiter Funktioniert euch die Map noch? Ja, ja Nur du bist grad an Because the game server has been shot down 30 kills das maximale, was man machen kann Wild Ja, wenn man jetzt bloß am Anfang keine Spaßauszeiten genommen hätte, ne? Schade Wie viele Runden habt ihr verloren? Gar keine Ja, wild Ah, wild Auf ganz ehrenvoll angelehnt Moment, Moment Einfach mal rein, wir sind eh nicht drauf gefeilt, dass man mal pusht Ja, hab ich glaub ich die Runde noch nicht einmal gemacht Was ist jetzt passiert? Ja, ich bin, ich stehe in der Luft Ja, same Cool Ähm, wir haben gewonnen 12 zu 10 Ja Mach nen Screenshot, mach nen Screenshot Ja, das war ein ziemlich sinnloser Push, den ich da gerade gemacht habe Also ich bin eigentlich ganz zampi, dass es in eine halbe Sekunde down gegangen ist Was ist passiert? Ja, mein Team ist jetzt auch weg Ah, okay Ah, actually das was bei mir grad passiert ist Ja Ja, mein Team ist glaub ich klar auch weg Und wir finden jetzt kindern Ja, hier wird es erstmalig Daher hat ein bisschen Draht Ja, das war's Ja 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 Daher haben Ja Einbeeren Ja